Ich bin der Jörg von Schwarze auf Weiß. Wir sind eben erst angekommen, sind super überrascht, richtig geile Location. Das ist der zweite Stop von uns, das heißt wir haben ein Buch rausgebracht mit dem Titel Style, No Color. Wir haben hier über 40 Leute am Start, die genau das Thema weiter durchziehen. Ich bin Kirgon aus Karlsruhe. Mein Name ist Sim, ich bin 23 Jahre alt. Ich heiße Tanja und ich bin eigentlich nicht aus Stuttgart, aber ich lebe jetzt in Mannheim. Mein Name ist Tabu, ich komme aus Düren. Benjamin Amin, from Roubaix, not our friends. Ja, ich bin der Fex, ich komme aus Basel. Ich heiße Babo, komme aus Kroatien. Wir wollten bewusst die Farben aus dem ganzen Style rausziehen, um uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es kommt nicht auf Farben, es kommt nicht auf Effekte an, es kommt auf die Formen an, auf die Ideen. Ich mache Freize, es zählt halt wirklich nur der reine Style an sich. In Französisch ist es die erste Etappe, das ist der Sketch. Und ich liebe es sehr viel, es ist sehr gut. Ich habe eine Strong-Win-Calk assignment. Strictly für live men, not for freshmen. Wenn du nicht die Kline, sag nicht nur, sie will nur die Money. Rain, sleep, hell, slow. Follow diese Regeln, du hast mad bread zu brechen. Wenn nicht 24 Jahre, nur wake up. Schluck, hit je Tempel, watch je frame shake up. Caretaker, did you make up? When you pass, your girl fucked my man Jacob. Heard in 3 weeks, she sniffed the whole half a K-cup. Heard she suck a good dick, and could look a steak up. Und wichtig ist uns halt bei so Aktionen noch so ein Community-Ding zu schaffen, halt mit coolen Leuten, mit denen man vorher eigentlich noch nichts gemacht hat, es wird schön, es zusammen zu machen und da ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Wenn es schon keine Jams mehr gibt, gibt es jetzt wenigstens uns halt. Bis zum nächsten Mal.